moin moin ich bin euer flatti ich bin heute im bostelbeek und zwar unter der autobahnbrücke von der a7 und dort habe ich etwas interessantes für euch überlegt und diesmal ist es wieder kein grüß video sondern seht mal selbst so ich bin hier unter der autobahnbrücke das hier oben ist die autobahn hier sind bahngleise dahinter ist noch eine straße aber das irrelevant was ich euch zeigen möchte ist folgendes und zwar hier die senkung hier hier geht es richtig bergab und habe ich überlegt hier rutsche ich einfach runter und da ich leider keinen habe der mir die kamera festhält werde ich jetzt einfach die kamera mitnehmen auf meinem weg nach unten so das ist meine vorbereitung eine mülltüte was bis weg sie nun dass ich ja schneller runter komme und nun werde ich mich da gleich mal aufsetzen und runter rutschen ok die mülltüte rutscht hier also doch nicht gut dann rutsche ich einfach mal so runter alter mir tut mein arsch weh so damit ihr das sommer von hier unten gucken könnt hier unten stehe ich und hier ganz weit oben von dort oben bin ich runter gerutscht so jetzt seht ihr mal mein gesicht wenn ich mal rutsche los geht's gleich wird weitergerutscht gleich wird weitergerutscht so jetzt bin ich wieder hier unten So, jetzt hat der Bedeutung Ich habe gesehen, wie ich runterrutsche und jetzt wieder und nun laufe ich die ganzen Treppen hoch Meine Mülltüten sind runtergefallen. Schade, ich habe gehofft, dass ich mit den Mülltüten besser rutschen hätte können, aber klappt auch nicht. So, jetzt bin ich wieder hier oben So, ich glaube, ich komme schon mal wieder den Berg runter. Aber vorher nehme ich mal meine Mülltypen mit. Kann ich immer gut gebrauchen. Und los geht's. So, ich glaube, ich laufe hier jetzt runter. So, für die Unterbrechung entschuldige ich mich mal jetzt. Aber ich bin gegen den Knopf gekommen, als ich dann runterlaufen gestürzt bin. So, und ich glaube, das war's jetzt mit dem Berg runterrutschen. Meine Hose ist jetzt richtig Schrott. So, nun seht ihr mich mal endlich wieder. Ich bin's, euer Flatti, falls ihr mich vergessen habt. So, demnächst gibt es mal wieder ein Rücksvideo von mir. Und an dieser Stelle beende ich jetzt das Ganze. Ach ja, eine Sache habe ich noch vergessen. Aber was war das gleich nochmal? Ja, genau die Sache war es. Ja, und die Sache wollte ich euch auch noch mitteilen. So, eine kleine Zugabe gibt es doch noch. Und zwar werde ich jetzt die Glasflasche hinunterrollen lassen. Aber nicht über den Berg, also über die Senke, sondern über die Treppen. Damit ich da ein bisschen kontrollieren kann. So, los geht's. Okay, das war mal eine Glasflasche. So, 18 sind verschwendet. Und das war's jetzt eingültig von mir.